Deutschland steht im Viertelfinale der Nations League und das dank eines 1 zu 0 Heimsiegs über die Niederlande, den ich in diesem Video analysiere. Im tiefen Spielaufbau agierte man aus einem 4-2-4 heraus, dabei sind die zentralen Offensivspieler, also 10er Wirts und Stürmer Kleindienst etwas entgegengekommen, haben sich fallen lassen, um dann dementsprechend die Niederländer Innenverteidiger mit sich mitzuziehen. Das war dem geschuldet, dass Holland eine sehr mannorientierte Herangehensweise gegen den Ball hatte, sieht man hier ganz gut, verteidigendes Komplettmann gegen Mann, jedem Spieler ist ein Gegenspieler zugeteilt und das hat halt immer wieder den Raum zwischen den Außenverteidigern geöffnet, da die Innenverteidiger eben mitgegangen sind und dann eben nicht hinten waren. Oft hat sich dann zum Beispiel Jamie Leveling mit Tempo dort hinein bewegt, dann einen langen Ball bekommen von hinten heraus, den sogar tatsächlich oft gut festmachen können, hat mich da auch ein bisschen überrascht, dass das so gut funktioniert hat. So kam man zum Beispiel zu dieser Chance, da war es zwar kein hohes Pressing der Niederlande, aber dennoch sind die Innenverteidiger immer etwas rausgerückt auf Wirts und Kleindienst, die hier nicht in der letzten Linie waren. Leveling startet dann mit Dynamik in den Raum, bekommt den langen Ball, macht ihn fest, Kleindienst leitet ihn dann direkt weiter, raus auf Mittelstedt, der dann eine große Chance hatte. Im geordneten Pressing der Niederländer war es dann meistens so, dass Simmonds zunächst an Mittelstedt war und sobald Schlotterbeck den Ball dann bekam, auf den draufgeschoben ist. Also man hat es nicht immer schon komplett mannorientiert zugestellt, sondern teilweise auch erst dann den Spieler angelaufen, wenn er den Ball erhalten hat. Das war dann zum Beispiel auch bei den Außenverteidigern der Fall. Oft hat sich zum Beispiel auch Wirts im Zentrum fallen lassen, um da Unterstützung zu bieten und man hat teilweise auch ein Dreiermittelfeld geformt, zusammen mit der ohnehin schon vorhandenen Doppelsechs. Aber gehen wir einen Schritt weiter, Schlotterbeck spielt dann den Ball raus auf Mittelstedt und dann sind die Niederländer sowohl auf Mittelstedt gerückt mit dem Rechtsverteidiger Dumfries, der dann Druck gemacht hat, als auch Innenverteidiger De Frey, der auf Wirts rausgerückt ist. Gerade im Zentrum waren sie sehr bemüht da, die Spieler zwischen den Linien direkt zu verfolgen, dass die da nicht ohne Druck aufdrehen konnten. Das wiederum hat halt wieder Räume geöffnet hinter der Abwehr, die man dann teilweise ausnutzen konnte. In ein paar Szenen wurde das auch deutlich. Hier zum Beispiel haben wir jetzt mal einen klaren 3-1 Aufbau. Stiller hat sich sehr oft zwischen die Innenverteidiger fallen lassen. Pavlovich war dann der 6er davor. Aber Wirts hat sich dann weiterhin tiefer fallen lassen. So hast du hier einen 3-2 Aufbau. Aber auch Jamie Leveling hat sich dann immer wieder ins Zentrum orientiert. Sich zwischen den Linien sehr gut bewegt, hat mich auch in dem Aspekt sehr überrascht. Generell ein gutes Spiel gemacht, abgesehen von seinem Tor bzw. seinen Toren. Das erste wurde ja leider aberkannt. Was wir hier auch sehen ist das 4-für-2 der Holländer. Das haben sie meistens geformt, wenn sie dann ins Mittelfeldpressing übergingen bzw. dann auch tiefer. Das Entgegenkommen von Leveling sieht man in der Szene ganz gut. Schlotterbeck spielt ihn an. Außen bindet Mittelstädt, Xavi Simons, der dementsprechend nicht da eingreifen kann. Im Zentrum ist man dann aus Sicht der Niederlande in einer Unterzahl. Deutschland spielt es aus. Leveling auf Wirts. Und hier sieht man mal eben ganz gut, wenn Wirts den Raum bekommt und nicht direkt Druck bekommt, dann kann es halt gefährlich werden. Spielt da einen Doppelpass mit Leveling, der dann durchsteckt auf Kleindienst, der dann auch eine große Chance hatte. Und wenn wir gerade bei Kleindienst sind, der hat sich auch sehr häufig fallen lassen, ist entgegengekommen, hat den Ball dann direkt klatschen lassen auf den Spieler, der ihn anspielt oder auf jemand anderen. Und das hat er wirklich sehr häufig gemacht und tatsächlich auch sehr gut. Also ich habe ihn ja gegen Bosnien kritisiert, da war das nicht so gut. Jetzt hat er mir schon deutlich besser gefallen. Vor allem hat er mich auch überrascht, dass er da so gut im Passspiel war. Hat mir auf jeden Fall gefallen und das sah auch nach einem klaren Plan aus, dass die Spieler da immer wieder entgegen kamen. Denn gerade Kleindienst hat immer wieder Innenverteidiger gebunden, die dann mit sich herausgezogen aus der Ordnung. Hier zum Beispiel De Frey. Schlotterbeck trippelt an, spielt mit Kleindienst den Doppelpass, bekommt ihn wieder. De Frey ist aus der Ordnung raus. Schlotterbeck spielt dann tatsächlich mit seinem rechten Fuß, mit dem Schwachen, einen guten Pass in die Tiefe. Auf den Raum, der eben dadurch frei wurde. Auf Gnabry, der eingestartet ist. Gnabry kommt in der Szene dann zwar nicht zum Abschluss, aber was mir schon gegen Bosnien gut gefallen hat, das Gegenpressing war sehr gut. Hier, man verliert den Ball, geht dann aber direkt ins Gegenpressing. Drei Mann schieben drauf, beziehungsweise vor allem zwei hier sehr aktiv und man erobert den Ball zurück. Auch Pavlovic wäre dann noch hinten dran gewesen, falls der Pass durchkommt. Also in der Hinsicht war man echt wieder gut gestaffelt. Die Holländer haben in dem Spiel stark variiert zwischen hohem Angriffspressing, Mittelfeldpressing und dann auch mal einem tiefen Abwehrpressing. Also man stand unterschiedlich hoch. Deutschland hatte aber für jede Phase des Spiels einen Plan, wie man sie bespielen kann. Wenn sie dann mal etwas tiefer standen, wieder in ihrem 4-4-2, so wie hier, dann hat man oft ein 3-1-6 geformt. Stiller zwischen den Innenverteidigern, der ballnahe Innenverteidiger konnte immer mit anschieben, vor dem Dreieraufbau dann Pavlovic und vorne sechs Spieler in der letzten Linie, die aber auch allesamt immer wieder entgegenkommen konnten. Aber gerade mit sechs Spielern in der letzten Linie gegen vier Spieler auf der niederländischen Seite konnte man sie da stark überladen und immer wieder Seitenverlagerungen spielen. In dem Spiel hat sich Kimmich im Spielaufbau jetzt nicht allzu invers eingebracht wie gegen Bosnien, aber offensiv ist er auch immer wieder eingerückt in den Halbraum. Dann haben die Flügel die Breite besetzt. Zum Beispiel hier ist das sogar zeitgleich auch auf der linken Seite der Fall. Da war man wie immer sehr flexibel, Mittelstädt invers, außen ist dann Leveling, rechts ist Kimmich eingerückt und schickt dann außen Gnabry. Man hat hier wieder das 3-1-6, Rüdiger als ballnahe Halbverteidiger schiebt mit an und aus dieser Ordnung kam man immer wieder gut in die Tiefe. Die Holländer haben kaum Zugriff bekommen, das war auf jeden Fall sehr gut. Zum Beispiel sieht man das hier, Stiller steckt durch auf den einstartenden Gnabry, der bekommt dann außen den Ball, legt ihn in den Rückraum, der rutscht durch zu Leveling, der hier auch wieder eine gute Chance hatte. Schauen wir uns aber andererseits an, wie Deutschland gegen den Ball agiert hat, beziehungsweise die Niederlande mit Ball. Die haben es meistens aufgebaut wie Deutschland in einem 4-2-4, wobei die zentralen Offensivspieler nicht ganz so tief entgegen kamen, waren meistens in der letzten Linie. Deutschland hingegen hat es oft Mann gegen Mann komplett übers Feld verteidigt, wie in dem Fall und die Zuordnung war meistens auch genau identisch, so wie hier. Leveling und Kleindienst an den Innenverteidigern, Mittelstädt am Rechtsverteidiger, rechts Gnabry am Linksverteidiger, zentral an der Doppelstecks, Wirz und Stiller. Dann war dafür Pavlovich meistens für Xavi-Simmons zuständig. In dem Fall steht er quasi als Linksverteidiger, hat dann meistens auch in der letzten Linie verteidigen müssen. Rüdiger und Schlotterbeck am Zehner und Stürmer und Kimmich dann dementsprechend am linken Flügel-Rakpo. Dabei konnte man aber durchaus variieren, zum Beispiel wenn man ganz hoch angelaufen ist, hat man es dann auch so gelöst, dass man hinten eine Plus-Eins-Absicherung hatte, als so zwei Spieler gegen den Stürmer, beide Innenverteidiger in dem Fall. Und vorne war es dann so, dass Kleindienst für beide Innenverteidiger zuständig war. Man ist aus einem 4-2-3-1 heraus angelaufen, hat das dann immer ballnah verschoben, zum Beispiel hier auf die rechte Seite, auf die die Niederlande spielt. Haben sie es dann auf die linke Seite gespielt, ist Mittelstädt nach vorne geschoben. Der war immer zuständig für Dumm-Freeze. Und aus diesem Pressing, selbst wenn es nicht komplett mannorientiert war, hat man den ein oder anderen gefährlichen Ballgewinn erzielen können. Und dementsprechend ist man dann auch zu Abschlüssen gekommen. Hier zum Beispiel exemplarisch, der Schuss von Kleindienst geht zwar vorbei, aber es zeigt auf jeden Fall, man hat ein gut koordiniertes Pressing, das auf jeden Fall auch gegen Top-Nationen zu gebrauchen ist. Auch wenn die Niederländer mit Koeman jetzt nicht den besten Trainer haben, aber bei dem würde ich eher die Herangehensweise gegen den Ball kritisieren. Mit Ball waren sie unter ihm jetzt nicht ganz so schlecht, wie es viele oft sagen. Zur zweiten Halbzeit hat Koeman dann aber auch umgestellt auf ein klassisches 4-3-3. Ein Sechser, zwei Achter davor. Man hat mit Marlon dann auch einen, ja klassischen Flügel ist er nicht, aber er hat zumindest wie ein klassischer Flügelspieler agiert. Hat dann Mittelstädt immer tief gebunden. Der konnte dementsprechend nicht mehr auf Dumm-Freeze hochschieben, da ansonsten Marlon in seinem Rücken frei gewesen wäre. Deutschland hat dann auch die Plus-Eins-Absicherung meistens hinten behalten, mit Rüdiger und Schlotterbeck. Ansonsten hat man es wieder relativ mannorientiert zugestellt. Leveling hat dann so ein bisschen gependelt zwischen de Frey und Dumm-Freeze. Dementsprechend war dann immer einer frei auf der niederländischen Seite. In dem Beispiel ist er auch markiert, der Rechtsverteidiger Dumm-Freeze. Und daraus resultierte dann auch, dass die Niederländer in der zweiten Halbzeit etwas mehr Ballbesitz hatten. Sowohl als es noch unentschieden stand. Nach dem Führungstreffer war es dann auch gewissermaßen logisch, dass Deutschland sich etwas mehr zurückgezogen hat. Man hat ja dann auch Andrich gebracht für Wirtz. Das erkläre ich mir so, dass Andrich die Rolle übernehmen sollte von Pavlovich, der ja meistens in der letzten Linie agiert hat. Was er zwar kann, aber nicht unbedingt seine ideale Rolle ist. Dass man Wirtz rausnimmt, ja, war überraschend. Aber es ist ja aufgegangen. Ich fand, es hat trotzdem gut geklappt gegen den Ball. Die Holländer haben sich kaum etwas kreiert in dieser Phase und dementsprechend wieder mal ein guter taktischer Eingriff. Zumal man dann ja ohnehin weniger Ballbesitz hatte, mehr verteidigen musste, als selbst mit dem Ball zu agieren. Daher hat das durchaus Sinn gemacht. Man musste dann aber dennoch gewissermaßen reagieren, da auf der niederländischen Seite immer ein Spieler komplett frei war. Das hat man dann auch ganz gut angepasst. Und zwar folgendermaßen, dass man hinten die Plus-Eins-Absicherung hatte, ansonsten Mann gegen Mann angelaufen ist. Leveling war jetzt klar zugeteilt für Dumm-Freeze. Vorne hingegen hattest du dann Kleindienst und Pavlovich, der ja nun Zehner gespielt hat. Die haben dann immer mit ihrem Deckungsschatten, sind vom Sechser aus angelaufen, sodass dieser immer zu war. Und von diesem aus sind sie dann die Innenverteidiger angelaufen. Man ist dann auch, wie ich finde, verdient in Führung gegangen. War zwar, ja, glücklich, vielleicht nach einem Eckball. In der zweiten Halbzeit hatte man auch nicht die größten Chancen. Aber man hat es, wie ich finde, sich schon in der ersten Halbzeit verdient. Da war man klar überlegen. Hatte auch nicht die größten Chancen. Aber hin und wieder wirklich gute Spielszenen. Hat sich frei vors Tor gespielt. Dementsprechend war es aufgrund dessen verdient. Aber auch in der zweiten Halbzeit hat man selbst kaum etwas zugelassen. Die ein oder andere Chance, ja. Aber selbst nach dem Tor blieb man selbst aktiv. Hatte noch Abschlüsse von Mittelstädt zum Beispiel. Aber was danach wirklich positiv war, wir können echt wieder verteidigen. Da haben Nagelsmann ja die Verteidigungsmonster gefehlt zu Beginn seiner Amtszeit. Mittlerweile haben wir die schon mehr oder weniger. Zumindest setzt man die Spieler ein, dass es so ganz gut funktioniert. So hat man dann gegen Ende umgestellt auf eine Fünferkette. Hatte es dann drei Innenverteidiger mit Anton zusätzlich zu Rüdiger und Schlotterbeck. Davor hier markiert mit dem Pfeilen dann noch Andrich und Gosens. Und was dann ganz interessant war, war, dass Anton wirklich einen klassischen Mann-Decker spielen sollte für Zirkzee. Zumindest schien es mir danach. Sobald der den Ball bekam, ist er extrem aggressiv direkt auf ihn rausgerückt. Weil der wirklich eine Qualität hat, wenn er sich fallen lässt, den Ball bekommt. Und das hat man damit unterbunden. Andererseits hattest du dann mit Gosens und Andrich zwei Spieler, die sich fallen ließen in die letzte Linie, um da eben die Lücke aufzufüllen, die Anton hinterlässt. Gosens dann ganz außen als linker Schienenspieler. Andrich dann zentral als Innenverteidiger, der da auch nochmal zusätzlich geholfen hat. So ließ man zwar noch einen gefährlichen Abschluss zu von Mahlen, aber alles verhindern kannst du nicht. Und das war jetzt auch nicht viel. Daher wirklich defensiv eine Top-Leistung, guter Matchplan. Aber auch offensiv, vor allem in der ersten Halbzeit. Da hat man sich zwar nicht belohnt, aber dennoch ist der Sieg in diesem Spiel und auch der Gruppensieg in der Nations League-Gruppe sehr verdient. Und ist vor allem auf Bundestrainer Nagelsmann zurückzuführen. Der hat die Spieler extrem gut eingestellt. Die machen es natürlich auch gut. Und es läuft wieder optimal im deutschen Fußball. Zumindest was die A-Nationalmannschaft angeht. Und das ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen. Das soweit meine Analyse zum vierten Gruppenspiel der aktuellen Nations League-Saison. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu meiner Analyse oder eure Erkenntnisse zum Spiel in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! Dann rein und啊. Suße schon. Zum nächsten Mal. Du bist dies. Bis zum nächsten Mal. Ich meine Oh 아버结ik. Vielen Dank.